Guten Tag, hier ist wieder euer Omni mit einem neuen Video. Diesmal gehen wir auf den Kampf ein. Denn der Kampf in Conquest of EO kann manchmal sehr herausfordernd sein, weil es eine riesige Palette an Fähigkeiten und strategische Möglichkeiten gibt. Und wenn man halt noch sehr am Anfang ist, fällt einem das schwer und man wird von vielen Fähigkeiten sehr schnell überwältigt. Deswegen will ich euch ein bisschen Handwerkszeug geben. Was muss ich vorm Kampf beachten und was muss ich dann im Kampf beachten? Was kommt auf mich zu? Wo muss ich mit umgehen? Zumindest grundlegend, sodass ihr eine Ahnung habt, wo ihr euch dann hin entwickeln könnt, wenn ihr Conquest of EO wirklich mal gewinnen wollt oder eben auch auf hohen Schwierigkeitsstufen gewinnen wollt. Wenn ihr ansonsten ganz grundsätzliche Tipps braucht oder Tipps, wie man dann das früher Spiel gut überwinden kann, dann guckt erstmal oben rechts auf diese Playlist, denn da sind alle Tutorials zu Conquest of EO nochmal verlinkt. Über jede Interaktion freue ich mich natürlich wie immer. Daumen hoch, Abo, Kommentare, Diskussionen. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und vielen Dank fürs Zuschauen. Um erstmal die Grundlagen zu verstehen, schauen wir uns einfach mal verschiedene Einheiten an. Wenn wir zum Beispiel auf diese Armee hier schauen, dann können wir verschiedenste Einheiten erkennen. Jede Einheit hat natürlich erstmal oben zu sehen, was ist es eigentlich für eine Person, für ein Lebewesen oder Konstrukt. Da steht jetzt zum Beispiel bei diesem hier, Satan, Skyho, Lehrling, Sterblich, Mensch, Zauberwirker, Dämon und noch vieles mehr. Wichtig ist, Lehrling ist immer so eine Art, wie soll man sagen, Held oder zumindest euer Hauptcharakter, wenn es darum geht, den Kampf zu kontrollieren, Fähigkeiten einzusetzen, gegebenenfalls auch zu heilen, zu beschwören und so weiter und so fort. Eine ganz wichtige Einheit neben halt den wirklichen Helden, die nochmal eine eigene Story mitbringen, die aber eine gleiche Rolle im Kampf halt ausfüllen. Sterblich hieß es immer, dass es da gewisse Fähigkeiten gibt, wie die Lebensraube, also dass sie nur auf sterbliche Kreaturen angewendet werden können. Untote gegen Untote, da könnt ihr nicht Leben rauben. Ein Mensch hat immer auch gewisse Attribute, wie jetzt eben eine Weißresistenz, die man immer ganz unten finden kann. Diese Weißresistenz kommt durch den Menschen. Das könnt ihr auch hier alles nochmal nachschauen. Ihr seht es, 20% Erfahrung und die Weißresistenz, wie gesagt. Ihr könnt auch das nochmal mit dem Lehrling nochmal nachschauen, was der dadurch denn bekommt. Genauso mit Zauberwirker und so weiter und so fort. Diese Dämon-Trade kommt natürlich daher, dass wir eben hier den Dämonologen spielen. Das kommt einfach als Zusatz hinzu. Dann kommen die jeweiligen Stats, die wir haben. Wir haben hier das Leben. Klassisch natürlich die Hit-Points. Wir haben Fokus, damit wirkt ihr in jedem Kampf Fähigkeiten. Der wird auch nach jedem Kampf wieder aufgefrischt. Ganz wichtiger Tipp schon direkt am Anfang. Haut diesen Fokus, wenn ihr sinnvolle Fähigkeiten habt, konstant hinaus. Denn dieser Fokus ist immer wieder da und den werdet ihr auch massiv buffen müssen, so wie ich es jetzt auch getan habe, damit ihr anständig kämpft. Dann kommt die Rüstung. Verringert einfach physischen sowie elementaren Schaden. Wichtig, nicht Totenschaden und nicht Weißschaden. Deswegen sind die beiden Channels schon manchmal etwas mächtiger. Die Willenskraft verringert dann wiederum Weiß- und Totschaden. Ist häufiger schwieriger zu bekommen oder je nach Einheit schwieriger zu bekommen und reduziert halt auch da diesen Schaden jeweils um eins. Außerdem gibt es da noch ein Moralsystem. Wenn ihr im Kampf viel verliert oder viel Schaden austeilt, dann erhöht sich oder bringert sich die Moral, je nachdem wie gut oder schlecht das dann aussieht für euch. Außerdem die Geschwindigkeit, die ist nicht nur im Kampf essentiell, sondern auch Bewegung über die Karte. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Start im Zwergenland gewählt. Extrem nervig. Die Zwerge sind nämlich langsamer als alle anderen Einheiten. Haben nur sechs Bewegungen, während Menschen jetzt zum Beispiel über sieben anfangen. Und das macht natürlich auch im Kampf was aus. Dann sind die langsamerinnen, sich zu bewegen. Aber ich finde vor allen Dingen, auf der Strategie-Karte hat das eine große Auswirkung. Und dann seht ihr einfach noch die Einheitenstärke. Da könnt ihr so abschätzen, wie stark die Zirka ist. Es gibt immer Einheiten, die sind deutlich stärker, auch wenn die Nummer kleiner ist. Ich kann das als Beispiel nennen, diese Mauerwurfsbästchen, weil die halt sofort zu euren Zauberwürfen sich durchgraben können. Und deswegen ist in meinen Augen auch der Bergstacht mit der stärkste Stacht, gerade auch wegen des Kampfes. Ja, weiterhin lesen wir den Charakter so, dass wir uns anschauen, welche Fähigkeiten hat denn dieser Charakter. Bei dem Lehrling ist es halt immer so, dass sie natürlich recht mächtige Fähigkeiten haben. Der hier wäre zum Beispiel ein Beschwörer. Er kann Dämonen herbeirufen, was sehr wichtig ist. Er kann Blitze herbeirufen, einen Meteor schmeißen durch Gegenstände. Und er kann Dämonen heilen. Ganz wichtig, sich diese Sachen immer anzuschauen. Auch zu überlegen, wo will ich meinen Charakter hinbringen. Denn jedes Level ab, und das hat ja auch mit dem Kampf viel zu tun, gibt euch immer eine Auswahl zwischen verschiedenen Optionen, wie ihr jetzt eure Einheit oder euren Lehrling jetzt upgraden könnt. Und da müsst ihr gut überlegen, wo will ich hin. Soll der irgendwie ein flammenwerfender Maniac sein, oder soll er halt ein Heiler sein? Und das könnt ihr natürlich nochmal verstärkt mit Gegenständen, aber nur bei den Lehrlingen. Was aber bei allen Einheiten geht, sind diese Glyphen. Die Glyphen könnt ihr auf jede Einheit anwenden. Da könnt ihr auch zum Beispiel ein Upgrade kriegen, dass ihr noch einen extra Slot habt. Wichtig ist aber, damit könnt ihr natürlich die Kampffähigkeiten eurer Einheiten auch verbessern. Und zwar von allen Einheiten, nicht nur von den Lehrlingen. Ganz wichtig, da könnt ihr zum Beispiel sowas wie Lebensraub hinzufügen. Ihr könnt sogar auch Unsterblichkeit hinzufügen. Das ist aber, außer beim Zauberschmied, natürlich eher eine Zufallssache, ob ihr diese coolen Glyphen gerade bekommt. Denn der Zauberschmied ist die einzige Klasse, die eben diese Glyphen herstellen kann. Schauen wir uns zum Beispiel mal zum Vergleich diesen Hildo hier an. Nur um es einmal nochmal gezeigt zu haben, wie denn der Unterschied aussieht. Er ist jetzt eher so der Heiler. Die Lehrlingen kommen auch immer mit speziellen Wächterfähigkeiten oder Spezialfähigkeiten. Und er hat zum Beispiel jetzt auch Wächterheilung. Und soll halt eher sowas silencen können, heilen können. Kann halt hier den Weisschaden ermöglichen. Ist also ganz anders als jetzt eben dieser Elementar-Dämonen-Beschwörer. Und da müsst ihr halt überlegen, wie will ich das jeweils gestalten, damit das auch ungefähr so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und wir sehen natürlich hier, Zwerg hat wieder andere Fähigkeiten. Weniger Bewegung, dafür aber mehr Rüstung, Elementar-Resistenz und Willenskraft. Zeige ich jetzt nicht bei jedem. Ist aber natürlich essentiell, sich diese verschiedenen Rassen, Kulturen und so weiter zu merken. Denn wenn wir jetzt schon Dämonen gucken, hat natürlich wieder ganz andere Sachen. Er zum Beispiel ist jetzt auch als Dämon immer 50% Elementar-Resistenz. Als gehirnte Beste hat sogar nochmal 50% Weiß-Resistenz, was übrigens sehr mächtig ist, gerade als Dämon. Damit hat man weniger Schwächen. Und das macht natürlich im Kampf auch extrem viel aus. Jetzt kommen natürlich die ersten zwei. Warum erzählt er mir jetzt diesen ganzen Quatsch? Ja, weil das natürlich alles komplett mit dem Kampf zu tun hat. Ihr könnt nicht kämpfen, wenn ihr nicht wisst, worauf ihr euch einlasst. Ihr müsst wissen, wie ihr mit bestimmten Resistenzen umgehen könnt. Das habe ich ja auch schon mal im Tipp-Video erklärt. Wie gesagt, könnt ihr euch ja nochmal die Playlist angucken. Denn wenn ihr die Resistenz nicht versteht, werdet ihr brutal untergehen. Und gerade auf höheren Schwierigkeitsstufen, aber auch schon auf normal. Das heißt, diese Resistenzen auszunutzen, auszuhebeln, auszusehen, was haben die für Fähigkeiten, ist natürlich extrem wichtig. Wir wollen natürlich jetzt nicht zu lange darauf eingehen oder jede Einheit hier durchgehen. Das würde natürlich Stunden und Stunden und Stunden dauern. Aber wir können einfach mal einen einfachen Kampf da mal zeigen. Und dann zeige ich euch danach mal einen Kampf, den ich wahrscheinlich sogar verlieren werde. Oder wo ich sehr viel verlieren werde, weil bestimmte Fähigkeiten, die ich mir halt vorher angucken muss, einen sonst sehr stark überraschen. Und naja, auch wenn man sie schon kennt, manchmal auch immer überraschen. Weil manche Fähigkeiten von manchen Kreaturen hier extrem imbar sind. Ich kann zum Beispiel ein Beispiel nennen, neben dem Mauerwurf, den ich eben genannt habe, den Leech zum Beispiel. Ja, der ist halt relativ okay, denkt man. Der kann aber aus den jeglichen Kumpelzieher, der bringt nur so eine Zombie-Armee mit, kann der nochmal Zombies beschwören. Aus jeder Leiche kann der, ich glaube zweimal, wenn man den Fokus nicht gebufft hat, kann er zweimal aus allen Leichen aus einer gewissen Umgebung nochmal Zombies erfolgen. Das heißt, es könnte ein Kampf statt 6 gegen 6 sein, auf einmal 16 gegen 6. Und selbst wenn ihr eine stärkere Armee habt, kann euch das komplett vernichten. Von daher müsst ihr unbedingt darauf achten, was findet ihr jeweils. Also ihr müsst auch gucken, dass ihr eure Einheiten und natürlich die Helden und Lehrlinge jeweils so mit den Upgrades, also auf jedem Level, halt auch designt. Plus halt den Buffs durch eure Gebäude, den Buffs von den Gegenständen und den Glyphen. Das heißt, ihr habt natürlich, wie ihr merkt, extrem viele Ebenen. Die können wir auch jetzt nicht alle durchgehen. Aber die halt schon vor dem Kampf relevant sind. Wir gehen jetzt einfach mal hier auf so einen ganz billigen Kampf und schauen uns mal an, wie das funktioniert. Erstmal haben wir immer hier diesen Bildschirm. Ihr kennt das ja mittlerweile bei Strategiespielen, wie gut ist der Sieg eingeschätzt. Es wird euch auch so eine Prognose genannt, wie viel ihr verlieren würdet. Wie was vielleicht verloren geht. Das heißt, es muss da nicht sterben, aber kann schon passieren. Es gibt leider nicht die Funktion wie bei Age of Wonders, dass ihr, wenn ihr Autoschlag drückt, danach nochmal kämpfen könnt. Das ist nicht drin. Ihr könnt auch nicht im Kampf zurücksetzen. Ihr könnt auch keine Bewegung zurücksetzen. Das heißt, ihr müsst euch noch mehr konzentrieren, dass ihr keine Fehler macht. Ansonsten müsst ihr erst mal zum Hauptmenü oder halt warten, bis ihr verloren habt und wieder neu laden, um den Kampf zu kämpfen. Das macht das Spiel natürlich ein bisschen umständlicher und natürlich auch wieder schwieriger, gerade für den Einstieg. Deswegen versuche ich euch hier schon mal die Grundlagen zu vermitteln. Damit das hoffentlich nicht so oft passiert. Ich kann euch aber sagen, dass es mir auch noch immer sau oft passiert. Schämt euch auch nicht zu laden. Ich weiß, Safe Scum ist immer so verpönt, aber gerade bei diesem Spiel müsst ihr das teilweise tun. Oder ihr sagt halt, ich mache Iron Man. Dann werdet ihr aber auf jeden Fall, das was ja auch vollkommen okay ist, sehr viele Spiele verlieren und sehr viele Kämpfe auch nicht gewinnen. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Aber genug der Vorrede. Jetzt sind wir im Kampf, denn wir kämpfen gegen eine recht einfache Armee. Einfach um das mal zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wir haben also schon eine fortgeschrittene Armee, die ich auch schon gelevelt habe. Jetzt nichts Perfektes oder so, ganz sicher nicht. Da gibt es schon durchaus Optimierteres. Auch kein großartiges Resistenzenbrechen oder sonst was drin. Also, was ist grundlegend? Erstmal sind unsere Einheiten alle ermüdet durch so ein Event vorher. Das ist aber auch ganz egal. Wir können uns natürlich normalerweise weiter bewegen. Gegebenenfalls. Je nach Einheit könnt ihr euch dann immer nach eurer Geschwindigkeit über das Feld bewegen. Wichtig sind aber eher diese Aktionspunkte. Ihr seht um euch herum diesen Radius. Das heißt, ganz am Ende habt ihr auch noch einen Aktionspunkt übrig. Das heißt, einer kostet in diesem blauen Bereich einen Aktionspunkt. Und hier hinzukommen, kostet zwei Aktionspunkte. Dann habt ihr noch immer einen Aktionspunkt über. Ich zeige euch das einmal, wenn ich jetzt hier hinlaufe. Dann seht ihr jetzt, habe ich noch zwei über. Und dann habe ich nur noch einen über. Und einen übrig haben heißt, ja okay, ich kann jetzt eine Aktion machen. Gehe jetzt zum Beispiel einen Toten stellen, mich verteidigen oder auch angreifen. Ich kann aber nichts mehr machen an Bewegung in der Weise. Das heißt, wichtig zu verstehen, wir haben drei Aktionspunkte. Aber ihr seht es hier nochmal. Ihr könnt mit dem einen Aktionspunkt hier hin, mit dem zweiten da hin. Danach könnt ihr euch nicht mehr bewegen. Also zwei Aktionspunkte sind im Prinzip, auch wenn das jetzt ein bisschen runtergebrochen ist, dafür da, dass ihr euch bewegen könnt. Und das hat jede einzelne Einheit hat diese Sache. Und das ist auch immer gleich bedeutend. Und dann haben wir natürlich das Prinzip, was wir auch bei Age of Wonders kennen. Ihr haut natürlich auf die Monster drauf und habt, je nachdem wie viele Aktionspunkte ihr übrig habt, eine verschiedene Anzahl von Angriffen übrig. Das heißt, wenn ihr noch stehen geblieben seid und euch noch nicht bewegt habt, habt ihr dann drei Angriffe übrig. Ob ihr es nah oder fernkommt, ist dabei irrelevant. Und dann, wenn ihr noch zwei habt, noch zwei und noch einen, noch einen. Ihr kennt das Prinzip. Es gibt natürlich Attacken, die brauchen auch nur eine Aktion. Es gibt Fähigkeiten, wie hier zum Beispiel umherstreifen. Das war ein Teleport. Ihr braucht nur eine Aktion. Damit könnte ich jetzt, wenn ich eine Einheit angreifen könnte, mich an diese Einheit heranbewegen. Würde einmal angreifen und in den Verteidigungsmodus übergehen. Was eine ganz nette Fähigkeit sein kann. Dann außerdem habt ihr unten immer die sehr schöne Leiste hier für alles, was ihr machen könnt. Ihr könnt Gegenstände benutzen. Ihr könnt euch natürlich, ja, bewegen haben wir ja gesehen. Angreifen, angreifen, verteidigen und dann halt Spezialfähigkeiten. Das wäre jetzt zum Beispiel hier ein Fernkampfangriff oder so ein Atemangriff, dass ihr hier nach vorne einfach Feuer spuckt. Er kann zum Beispiel ein Totem setzen und hier der kann zum Beispiel noch Leichen verspeisen. Und ja, unser Magier, und das ist ganz wichtig auch im Kampf, schon direkt der Hinweis, nehmt immer Support mit. Ihr braucht in diesem Spiel Heiler, Buffer, Debuffer. Ihr müsst hier Leute haben, die euch essentiell unterstützen, diese Kämpfe zu gewinnen. Denn ihr werdet manchmal Kämpfe haben, die dauern auch lange. Und da ist es ganz hart darauf angewiesen, dass ihr Heiler habt. Jeder zum Beispiel hat eine Heilung erstmal, die kann auf Reichweite gewirkt werden und eine, die kann im Nahkampf gewirkt werden. Und das ist also um ihn herum sehr, sehr wichtig. Da hat er zum Beispiel Erdrüstung, wodurch 50% Resistenz gegen physischen Schaden eintrifft. Damit beendet er zwar seine Runde, aber er würde nicht mehr seine Runde beenden, wenn er dann mehr als einen Aktionspunkt gehabt hätte. Aber er hat auf jeden Fall 50% physische Resistenz, sodass hier zum Beispiel dieser Kannibale auch diese Resistenz aufweist. Das heißt, in diesem Spiel mehr als bei Age of Wonders in meinen Augen und bei vielen anderen Strategiespielen ist es wichtig, Support-Einheiten zu haben. Diese Support-Einheiten kriegen in ihren Leveln konstant neue Fähigkeiten. Das heißt, diese Rüstung zum Beispiel hatte diese Kreatur hier nicht, diese Artformer. Das heißt, da hat er erst bekommen, indem er ein paar Level bekommen hat. Er ist ja schon Level 10, ihr könnt bis zu Level 15 gehen und könnt da manche coole Fähigkeiten bekommen, die essentiell sind, um euch da halt einen großen Vorteil zu geben. Das ist schon mal auch ein ganz wichtiger Tipp für alle, die das Spiel neu spielen. Nicht nur irgendwie Damage-Damage, sondern immer diese Support-Einheiten. Hier werden jetzt bei den Zwergen halt jetzt die Artformer oder die Pyromanten, wobei die natürlich schwieriger zu bekommen sind, die sind relativ okay zu bekommen. Ja, und dann würdet ihr natürlich einfach hier stehen, ihr würdet natürlich wie bei Age of Wonders, wenn ihr jetzt Runde beenden drückt, alle in den Verteidigungsmodus reingehen und dann würden sich die Gegner bewegen. Auch da schon ein Tipp, die Gegner bewegen sich nicht immer, wenn die merken, du greifst ja an, dann bleiben die auch gerne mal stehen und machen gar nichts. Das heißt, dann müsst ihr auf die zugehen. Wenn nicht, kommt es wie bei Age of Wonders dazu, wenn ihr euch nicht angegriffen habt nach einer Zeit zum Kampfende, dann habt ihr einfach verloren. Das kann man aber leicht vermeiden. Man kann die KI auch gut schießen, indem man zum Beispiel irgendwie viel, viel heilt oder den irgendwie einen Angriff nach vorne setzt. So, es werden die einen angegriffen worden, ist die KI direkt getriggert. Das heißt, sie kommt nach vorne und versucht euch auch zu töten. So, und jetzt kommen wir zu weiteren Besonderheiten. Wir sind jetzt im Nahkampf gebunden und ihr kennt vielleicht, obwohl unsere Runde gerade gestartet ist, dass unser Erdkoloss hier, dieses brennende Konstrukt, tatsächlich eine Aktion schon verballert hat. Ja, und das ist eine elementare Sache, die ihr auf jeden Fall verstanden haben müsst. In meinem Tutorial gibt es das natürlich auch an, aber ich sage es euch nochmal. Ihr für jeden Gegenschlag, den ihr im Kampf jetzt wirkt, verliert ihr einen Aktionspunkt. Das heißt, wenn ich den Goblin jetzt angreife, wird der Goblin mir dann auch, oder ich für den Goblin, Entschuldigung, so rum, die Aktionspunkte rauben. Das heißt, wenn ich den dreimal jetzt angegriffen habe und er sich dreimal verteidigt hat, was natürlich der beste Fall wäre, wenn es eine stärkere Einheit ist, dann kann die nicht mehr angreifen, außer eine Fähigkeit sagt was anderes. Da gibt es unermüdliche Verteidiger, super starke Fähigkeit. Dann kann die für immer sich verteidigen. Das wäre zum Beispiel für dieses Konstrukt auch sehr gut. Das heißt, haue ich jetzt hier drauf, da kriegt der Goblin, habt ihr gesehen, die Aktionspunkte abgezogen und könnte sich in der nächsten Runde nicht mehr verteidigen. Weil Goblins relativ schwach sind, kann ich jetzt aber hier mal dran zeigen, zum Beispiel hier, ist ein, zwei verteidigt, also ist zweimal verteidigt, man hat zweimal angegriffen, dadurch hat er jetzt für die nächste Runde noch eine Aktion. Dann kann der auch nichts mehr machen. Das heißt, auch ganz wichtig für eure Heiler oder so, wenn die in den Nahkampf gebunden werden und dann auf die Mütze kriegen und sich wehren im Nahkampf, selbst wo Zwerge, die ja recht stark sind noch im Nahkampf oder zumindest viel aushalten, die können dann nichts mehr machen. Das heißt, sie hätten dann keine Möglichkeit mehr in irgendeiner Weise, hier jetzt das zu tun, was ich jetzt tue, nämlich zu heilen. Ihr könnt zum Beispiel auch mit den Fähigkeiten ziemlich frei umgehen, nicht über Age of Wonders. Hier dieses Barrierebeschwören zum Beispiel beendet nicht den Zug. Das heißt, ihr könnt jetzt sagen, ey, ich will meinen Fernkraft hier schützen. Aha, setze ich erstmal eine Barriere. Ich könnte sogar noch eine Barriere setzen und danach noch heilen. Ihr seht immer die Aktionspunkte hier angegeben. Eine Aktion kostet das. Unten steht dann immer, beendet den Zug der Einheit. Oder irgendwie hier bei der Barriere, kostet eine Aktion, beendet aber nicht den Zug. Das heißt, auch da könnt ihr dann immer schauen, was mache ich, bevor ich jetzt hier aufhöre zu casten. Dann könnt ihr halt immer alles raushauen, effizient, zum Beispiel CDR-Trüstung. Und dann hätten wir jetzt keinen Aktionspunkt mehr. Hätte ich jetzt natürlich normalerweise geheilt. Auch das ist wichtig. Es ist keine temporäre Hitpoints wie bei Age of Wonders. Ihr nehmt die Hitpoints mit. Das heißt, alles, was ihr geheilt habt, ist sehr gut. Und das ist eigentlich das erste Mal das große Unterschied zu Age of Wonders 4 oder generell zu anderen Strategiespielen, weil der Kampf ja sehr ähnlich zu Age of Wonders ist, muss man sagen. Und dann kommt der nächste große Punkt. Einheiten werden nicht schwächer, je mehr sie angegriffen worden sind. Das heißt, habt ihr irgendeine ultra krasse Einheit gegen euch oder ihr selber habt die und diese auf 1 HP macht die noch immer genauso viel Schaden, wie wenn die auf 100% HP ist. Und das ist auch eine bittere Erfahrung, gerade wenn man, wie ich, von Age of Wonders hier hinkommt. Dann wird man richtig fertig gemacht, weil man das nicht kapiert hat. Ich habe, glaube ich, so toll gespielt, trotzdem nicht kapiert. Auf jeden Fall werdet ihr das unbedingt verarbeiten müssen, dass die Einheiten, die ihr gegen euch habt, immer vollen Schaden macht. Das heißt, wir haben ja klassisch strategisch gesehen den Fall maximiert den Damage auf eine Einheit, also so, dass sie gerade stirbt. Niemals eine Einheit nur anzuwarten, wenn es sich vermeiden lässt. So wie jetzt zum Beispiel das hier, wäre nicht so gut. Dieser Goblin hat noch 22 HP. Der könnte jetzt auf unser Konstrukt hier einfach einhacken, wie er will. Das Konstrukt hält natürlich viel aus, aber denkt mal an, jetzt zum Beispiel diesen Kannibalen. Das sind ja nur Goblins. Und trotzdem ist dieser Kannibale schon sehr verletzt. Das heißt, wenn die den dann mit so einem Pulk aufmischen wollen und die haben alle nur 1 AP, dann wird der Kannibale auch sterben und auch die anderen Einheiten. Das ist also ganz wichtig. Nimmt das auf jeden Fall mit erstens, Gegenschläge verbrauchen Aktionspunkte. Schützt eure Supports, nehmt Supports auch mit. Und guckt, dass die Supports nicht in den Nahkampf kommen, sonst können sie nicht mehr heilen oder supporten. Und eben, egal was ihr tut, guckt nicht, dass ihr den Damage zu sehr spreadet, also verteilt. Guckt, dass ihr wirklich alle Einheiten, die ihr besiegen könnt, auch in einer Runde besiegt. Denn nur so könnt ihr wirklich auch hier Fortschritte erreichen. Das geht sonst nicht anders. Und nutzt natürlich alle Fähigkeiten, die ihr habt. Denn das habe ich ja eben auch schon mal erwähnt. Ihr seht über dem HP-Balken, der hier blau dargestellt wird, über den Fokus-Balken. Ihr könnt alle Fokuspunkte komplett raushauen. Lasst euch da nicht irgendwie einreden, muss ich jetzt bewahren, brauche ich hier Fenexon? Ne, einfach raus damit. Und wenn ihr geschickt seid und das anständig macht, werdet ihr auch sehr, sehr viele extra Fokuspunkte haben. Wodurch ihr, ja, wenn ihr Glück habt, einen riesigen Kampf konstant durchzaubern könnt. Also gerade die Endkämpfe dauern auch mal ihre halbe Stunde. Kommt an, was für Armeen da aufeinandertreffen, wie gut die konstelliert sind und wie gut ihr damit klarkommt oder wie gut der Gegner aufgestellt ist. Und dann braucht ihr sehr viel Fokus, um konstant zu beschwören, um konstant Fähigkeiten zu ballern und konstant sich zu heilen und so weiter und so fort. Ansonsten ist hier nicht mehr viel Neues drin. Ihr habt natürlich den Verteidigungsmodus, wodurch ihr einfach, ich glaube, flat 20% weniger Schaden bekommt, genau. Und ihr könnt halt nicht in irgendeiner Weise geflankt werden. Ihr seht's, guck mal hier. Habt ihr das gesehen, was gerade passiert ist? Meine Armee, ich habe mir jetzt nicht wirklich aufgepasst, obwohl das eigene Easy-Kampf ist, den ich mit dem Autorizor sofort gewonnen hätte, sofort sind zwei Einheiten tot. Das ist mein Held gewesen und der Kannibale. Weil hier der Schamane nämlich die Fähigkeit Inferno hat, die einfach random an verschiedenen Gegnern, das waren jetzt halt die beiden, ganz viel Schaden macht. Der ist nämlich auch schon gelevelt, also die Gegner, die man auf der Map findet, werden auch gelevelt und dadurch immer stärker. Und deswegen sind jetzt einfach zwei Einheiten von mir gestorben. Das heißt, ihr müsst auch immer optimal kämpfen. Das geht nicht anders. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Nutzt eure Fähigkeiten, weil sonst werdet ihr, genauso wie ich hier gerade, vollkommen vernichtet. Und das auch von blöden Goblins. Und das sind die einfachsten Gegner hier. Da wird es wesentlich schwierigere Gegner geben, die euch richtig schön auf die Nerven gehen können. Ihr merkt es, das gibt es auch nicht mehr für die Mütze. Außerdem fokussiert auch sehr gerne natürlich Zauberer und Fernkampf-Einheiten. Das kennen wir ja, das ist ja der Klassiker schlechthin, dass ihr auf keinen Fall die Nahkämpfer angreift, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Ihr seht jetzt zum Beispiel hier, jetzt kann der Bogenschütze noch einen killen, weil ich da einfach nicht irgendeine Strategie entwickelt habe, wie ich nach vorne komme. Und die Schwäche der Fernkampf-Ausnütze, die sind nämlich sehr, sehr squishy in diesem Spiel. Das müsst ihr auf jeden Fall auch immer tun. Das wäre jetzt ein katastrophaler Kampf. Dieser Kampf ist auf keinen Fall so tragbar. Ihr müsst hier laden. Wenn ihr das verloren habt, gerade am Anfang würde ich sagen, dann ist es eigentlich vorbei. Gerade euren Held zu verlieren, ohne dass ich noch nicht mal Helden wiederbeleben freigeschaltet, dann ist das Spiel eigentlich so gut wie vorbei. Deswegen müsst ihr schauen, vor allem nicht für so einen Gegenstand, dass ihr solche Kämpfer effizient kämpft. Seht, man macht das einfach mal für so ein Video und schon passieren solche Dinge recht schnell. Deswegen ist es umso wichtiger, die Sachen, die ich euch gerade genannt habe, zu verarbeiten. Das Video geht natürlich wieder viel zu lang. Ich will euch trotzdem einmal kurz diese Einheiten zeigen, weswegen ich euch auch als Anfänger die Empfehlung gebe, niemals im Gebirge anzufangen. Denn diese Biester haben kaum wirklich Schwächen. Ich glaube, elementar minus 20. Und vor allen Dingen können sie das, was ihr jetzt gerade seht. Ja, was seht ihr? Dieser blöde Mauerwurf kann ganz nach vorne laufen und sich in eure Reihen reinbohren. Hat 125 HP. Ja, und jetzt steht ihr da. Das ist genau das Problem, was ich eben erklärt habe. Es ist natürlich strategisch vom KI sehr gut. Und es ist einfach auch generell für euch sehr gut, wenn ihr das gebacken kriegt, sowas zu tun. Direkt in die Fernkämpfe rein. Weil unser Held, unser Hildur, der Heiler, der kann jetzt nichts mehr tun. Der ist jetzt da gebunden. Wenn er jetzt angreifen würde, verliert er sehr viel HP. Wenn er zurückgeht, verliert er einen Aktionspunkt und auch sehr viel HP. Und diese Viecher sind halt extrem robust. Ihr solltet natürlich versuchen, nicht gerade wie bei diesem Kampf, den ich gar nicht gewinnen kann. Selbst das Auto-Resolve sagt auch, nee, das kann ich nicht gewinnen. Einfach, weil diese Viecher diese Fähigkeiten haben, sich zu teleportieren, in die Backline zu kommen und eure Fernkämpfer komplett auszuschalten. Das könnt ihr nur vermeiden, indem ihr hinten irgendwie an die Karte hineingeht und euch richtig fies in so eine Ecke quetscht, sozusagen. Schießen gehört aber natürlich auch zu Strategiespielen dazu. Das heißt, Einheiten als Kanunenfutter benutzen, wie beschworene Einheiten. Einheiten, die nach dem Kampf wiederbelebt werden, wenn ihr gewinnt. Ganz wichtig, die zu nutzen, um solche Dinge halt aufzufangen. Und hier halt auch wirklich nicht sich schämen, nach hinten zu laufen und an die Ecke zu quetschen. Weil diese Viecher, wie diese Mauerwürfe, sind brutal. Und natürlich der letzte Tipp ist, wenn ihr im Kampf seid und die Chance dazu habt, jemanden alle Gegenschläge rauszunehmen, also alle Aktionen zu verbrauchen und dann weiter auf ihn einzuhauen, dann tut das natürlich, weil damit vermeidet ihr natürlich jeglichen Damage an eure Einheiten nach dem dritten Angriff. Weil der Gegner, wie jetzt hier dieser Mauerwürfe zum Beispiel, keine Aktionspunkte mehr übrig hat. Ja, mit stolz geschwellter Brust kann ich sagen, ich habe doch gewonnen den Kampf mit, naja, allem Tod außer einer Einheit. Ihr merkt also, was ich gerade sage, die KI nutzt das natürlich auch aus und ihr müsst diese Vorteile selber auch anwenden. Ihr müsst versuchen, da halt wirklich taktisch vorzugehen. Naja, das war es aber eigentlich. Es ist schon wieder lang genug und ich glaube, viele Informationen auch, die man verarbeiten muss. Natürlich könnten wir jetzt jede Einzelle Einheit analysieren und durchgehen, aber das ist einfach auch für mich zu viel Arbeit. Ihr müsst euch einfach ausprobieren. Ihr müsst halt irgendwie überlegen, welche Strategie wirkt, wo komme ich gut hin, ist Tank sehr gut, sind halt sehr viele Fernkämpfer sehr gut, sehr viele Nahkämpfer, was ich auf jeden Fall mitgebe, wie ich es gesagt habe, immer einen Support dabei haben, bitte. Ja, das ist ganz wichtig. Nutzt diese Gegenschlagmechanik, versucht auch irgendwie diese Leben nach dem Tod, also wenn die nach dem Kampf wieder aufstehen, auszunutzen, versucht halt die Heilung zu maximieren und versucht eure Support nicht in den Nahkampf zu kriegen. Und wenn ihr auf Maulwürfe trefft, dann lauft und sagt, Hashtag Nerf Maulwürfe, denn die Viecher sind einfach nur Ätzen und die haben mir jetzt schon wieder, nachdem ich wieder das Spiel gespielt habe und die Trolle gesucht habe, ja, schlechte Trolle bereitet. Na ja, egal. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und weine mich jetzt in den Schlaf, weil diese blöden Maulwürfe wieder meinen armen Hildo misshandelt haben. Haut rein.